Ich bin ein Morgenmuffel und ich hasse Wecker. Die einzige Möglichkeit, dass ich überhaupt aufstehe, ist dieser praktische Laserwecker von InFactory mit Phaser. Denn wenn morgens der Alarmton nervt, schießen sie ihn einfach per Phaser weg. Nur die Mitte der Zielscheibe treffen und zack, bumm, der Wecker schweigt. Der positive Nebeneffekt des Ganzen, bevor sie es richtig merken, sind sie durch die Zielübungen schon wach. Also, dieser praktische Wecker von InFactory wird auch ihnen das morgendliche Aufstehen versüßen.